Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit unserem Dimitri. Und ich möchte beginnen mit einem herzlichen Dankeschön an einen fleißigen Zuhörer, der mir den Link zu diesem Gewirnspiel geschickt hat. Diesmal gibt es keine High-End Playstation, kein High-End Telefon oder sonst irgendwelche technischen Wunderwerke, sondern es gibt ein Wunderwerk aus der Vergangenheit. Heute kriegen wir, viele von uns sind damit aufgewachsen, ein Nintendo 64 geschenkt. Krass, sogar Mario Kart 64 ist dabei, das Kultspiel der damaligen Zeit. Aber wie kommen wir dahin? Die wenigsten werden diese ehrlich lange Adresse hier oben in die Suchleiste eingeben und zufällig darauf stoßen. Nein. Ich wurde hier auf diesen schönen Eintrag markiert. Das dürft ihr euch übrigens gerne merken, wenn ihr so etwas findet, auf Facebook zum Beispiel. Kommentiert die Telefonziege, ich kriege eine Nachricht und kann mir das angucken. Hier ist das sehr geschickt gemacht. Es können nur Leute diesen Beitrag sehen, die darauf markiert wurden. Wenn ich mir hier die Facebook-Seite von N64.de anschaue, da sind da zwar alle hübschen Bilder, aber da ist dieses Gewinnspiel nicht. Außer hier nochmal kurz verlinkt, aber es ist hier eben wesentlich größer. Hier sehen wir, wir haben knapp 2000 Likes dabei. Viele sind inzwischen negativ, weil ich vor ein paar Tagen das schon mal dazu geschrieben habe, was da los ist. Es ist leider auch fast 200 Mal geteilt worden. Und wenn wir zurückdenken, als ich einmal rausgekriegt habe, dass diese Gewinnspielleute, alleine dafür, dass die die Einträge auf diesen Seitenvermittlern 2 Euro pro Person kriegen, ist der Vermittler, der das Ganze hier angeleiert hat mit diesen 2000 Personen, die sicher nicht die einzigen sind, die sich daraufhin da eingetragen haben, um knappe 4000 Euro reicher geworden. Geschweige denn, was die eigentlichen Veranstalter dieser Scheiße für ein Geld dafür bekommen, dass sie die Datensätze anschließend weiterverkaufen. Hier wird damit gelockt, dass Nintendo 64 den 21. Geburtstag feiert. Warum man jetzt nicht das 20. Jubiläum, sondern das 21. nimmt, kann mir keiner erklären. Und was 90er Jahre sind, weiß ich auch noch nicht. Mir kann auch keiner erklären, warum Gewinne hier mit 2i geschrieben wird. Aber so sind eben die Betrüger der Datenmafia dumm, dümer, dreist, verlogen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, mit wem wir es da wieder mal zu tun haben. Schöne Seite, ein bisschen im Retro-Stil gehalten, sieht nicht so aus wie der Standard-Scheiß, aber hier, allein an diesem Formular erkennt man schon wieder, der mögliche Gewinn soll gehen an. Ich erspare euch jetzt hier einmal das Eintragen der Daten, weil ihr es im Prinzip ja alle schon kennt. Es geht darum, dass ihr das neue vermeintliche Gewinnprodukte kennt, damit ihr nicht drauf reinfällt und damit ihr andere warnen könnt. Falls ihr darauf markiert werdet, falls ihr es zugeschickt bekommt, falls einer sagt, blöd, weißt du noch damals Mario Kart, weißt du noch damals dieses und jenes, komm, wir probieren. Und dann sagst du, blöd, wir probieren alles, aber nicht das. Mit wem haben wir es hier zu tun? Mit einem Hersteller, der einmal dazu schreibt, dass Nintendo weder Veranstalter noch Sponsor ist, und zwar ohne, dass das in einer unleserlichen Schrift, die hintergrundgleich ist, verschwindet. Wer ist also so ehrlich, uns hier in eine Datenfalle zu locken? Wir haben es schon wieder zu tun mit der Targeting GmbH aus Paderborn, die aber komischerweise eine Hamburger Telefonnummer haben. Das ist ungefähr so wie Herr Maulwurf, der in Baden-Baden wohnt, aber eine Münchner Rufnummer hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auch noch keinem aufgefallen, aber ich muss sagen, Ich bin da auch nur dank euren Kommentaren mal drauf gestoßen, weil wir diese Firma jetzt neben der Wunderwindel und den Energydrinks schon das dritte Mal haben. Und von denen kommt demnächst noch eine Masche. Die Leute sind ganz schön aktiv, blöd. Und nicht eben so diese Standardgeschichten mit Auto, iPhone oder sonst was. Die versuchen sich was anderes einfallen zu lassen. Und wie ihr an den Zahlen hier gesehen habt, scheint es zumindest ein paar Leute zu geben, die da reinfallen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, 185 Mal geteilt. Die haben vergessen auszustellen, dass gezeigt wird, wer wo geteilt hat. Ich habe einfach mal unter jeder Teilung einen kleinen Copy & Paste Text gesetzt. Die Zeit habe ich mir genommen und einfach mal gewarnt, was da los ist. Dadurch hat mich auch der eine oder andere angeschrieben, ob das wirklich eine Verarsche ist. Der andere sagt, was spammst du mich zu? Wo ich mir dann wirklich mal Zeit genommen habe, dem das zu erklären. Der am Ende dann auch eingesehen hat, blöd, der Junge hat recht. Der geht mir nicht nur auf die Eier, der will mir helfen. Und sowas ist wie gesagt nur möglich, wenn ihr mir da fleißig helft, indem ihr mich bei solchen Sachen markiert oder mir einen Link dazu schickt. So, wollen wir uns mal anschauen, was es hier jetzt geht. Und die ganzen Nerds von damals, die nochmal zocken wollen, werden hier angeleiert, sagen, komm her, trag deine Daten ein, ist nur ein bisschen was. Und dann kannst du das Ding gewinnen. Super. Denkt man erst einmal. Problem ist die sogenannte Sponsoren-Diste. Jetzt ist die Frage, ihr werdet hier gleich ganz viele Firmen sehen. Wie viele Firmen sind notwendig, um eine N64 zu sponsern? Das Ding ist nicht das fucking Goldblät. Allein da sollte man schon vorsichtig werden. Aber wir wollen uns jetzt einmal anschauen. Und für uns ist ja immer interessant, Kontakt per Post. Versicherung, Bauervertrieb, Burda-Vertrieb, Diener for Dogs. Ich brauche mal wieder gute Hundennamen. Schreibt mir mal Hundennamen. Bitte bei Kommentaren rein. Weil ich kann Hund nicht jedes Mal Hitler oder Stalin oder lecker Hühnchen nennen. Der braucht gute Namen. Irgendwas Verrücktes schwer auszusprechen, weil die müssen den Namen von den Hund ja nach Leitfaden ein paar Mal wiederholen. Direktlein, Marketing und Kommunikation. Vertrieb von Strom- und Gasprodukten und Versicherungen. Blöd, das sind ja richtige Multitalente. EnBW Energie, Schande über euch. Noch eine Verlagsgesellschaft und noch eine. Sag mal, wie viele Zeitungen soll man denn lesen, blöd? Da muss man arbeitslos sein, dass man das überhaupt schaffen kann. Superwiesner AG aus Wildsau. Das wäre ein schöner Name gewesen. Online-Versandhandel. Aber wo mir denn? Brillen.de. Verkaufen die jetzt schon. Mies mal hier. Gehst du auf die Seite, kannst du Retinas gern machen. Wir ermitteln deine Sehstärke. Kostet nur 600 Euro oder was. Boa Frost Neukunden GmbH. Die haben tatsächlich eine GmbH und Coca-G für die Akquise von fucking Neukunden gegründet. So wie das aussieht. Ist das euer Scheiß Ernst, blöd? Versicherung. Die kennen wir ja auch. Telefonica und Yellow sind da ja leider auch sehr aktiv. Yellow steht hier sogar zweimal drinnen. Vielleicht rufen die dich dann ja zweimal an. Bauer auch schon wieder. Alphabet Online Services. Vermittlung von Kreditkarten und Krediten. Aus der Schweiz, blöd. Ist das 5D-Marketing mit wieder einem neuen Namen. Goldgas hatten wir glaube ich auch schon. Wunder Steuerzahler finde ich persönlich ja immer noch sehr widerlich, dass die über diesen Weg versuchen Mitglieder zu werben. Vielleicht ist da ja jemand von euch, der das hört, Mitglied. Und kann da mal anfragen, so ganz seriös als Mitglied, was da los ist, wie die dazu kommen. Und eben die Leute, die die Gummihandschuhe für Feasting verkaufen wollen. Jede dieser Firmen, jeder Einzelne wird euch anrufen, wenn ihr auf Facebook so gutgläubig oder blöd seid und wird nicht glaubt, ihr verschenkt einfach eine N64. Ist nicht der Fall. Das einzige, was ihr hier geschenkt bekommt, ist eine gratis Verrasche. Und die ganzen Firmen, die ihr da gesehen habt, ein vermeintliches Werbeeingeständnis euch anrufen und belästigen zu dürfen. Obwohl der Bundesgerichtshof schon vor einigen Jahren festgestellt hat, dass das hier stattfindende sogenannte Double Opt-In, also Daten eingeben und bei E-Mail bestätigen, nicht ausreichend ist für ein Telefonwerbeeinverständnisgeklärung. Also, ihr wisst wieder mal, was da für eine Masche unterwegs ist. Und ich möchte euch bitten, mich auf neue, andere, weitere, ähnliche, wie auch immer, aufmerksam zu machen. Denn nur dadurch erreichen wir irgendwann unser großes Ziel, dass diese Leute bekämpft werden oder dass alle Menschen soweit aufgeklärt sind, dass niemand mehr darauf reinfällt und ihr ein anderes Geschäft sich suchen müssen. Schweinebauer oder Kartoffelzüchner, irgendwie sowas, ehrliches, bodenständige Arbeit mit Pflug durch Feld laufen. Das würde denen mal gut tun. Ich bedanke mich fürs Zuhören, meine Freunde. Grüße gehen raus an meine Patreons, an den BigDickDimitriFanGroup. Roland wollte eigentlich auch noch was sagen, aber zum Zeitpunkt von Aufnahme ist er leider wieder betrunken. Ich wünsche euch einen schönen Rest Tageszeit und Wochentag, je nachdem, wann ihr das anhört. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, Tageszeit-Tag. Da kann ich mal so gucken, wann ihr am meisten schaut. Und vergesst mir nicht die Kundennamen. Schönen Tag noch.